Kapitel 5 Achtsamkeit auf den Geist 13. Die heilsamen und unheilsamen Wurzeln des Geistes In diesem Abschnitt des Satipatthana Sutta lehrt der Buddha die dritte der vier Grundlagen der Achtsamkeit, die Achtsamkeit auf den Geist. Er beginnt mit der Frage, und wie, ihr Bekhus, verweilt er hinsichtlich des Geistes, den Geist betrachtend? Und dann erklärt er, Zitat, Hier erkennt er einen Geist voller Begierde als voller Begierde und einen Geist ohne Begierde als ohne Begierde. Er erkennt einen zornigen Geist als zornig und einen zornlosen Geist als zornlos. Er erkennt einen verblendeten Geist als verblendet und einen nicht verblendeten Geist als nicht verblendet. Er erkennt einen zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und einen zerstreuten Geist als zerstreut. Zitat Ende In dieser Auflistung von Geisteszuständen betont der Buddha die Notwendigkeit, um die Anwesenheit oder Abwesenheit der drei unheilsamen Wurzeln des Geistes zu wissen und zu erkennen, wie sie den Geist färben oder prägen. Diese drei Wurzeln sind Sinnesbegierde, Hass mitsamt Übelwollen und Ärger und Verblendung oder Unwissenheit, wozu auch Verwirrung gehört. Der Buddha empfiehlt hier zwar nur, diese unheilsamen Zustände oder deren Abwesenheit zu erkennen, aber es kann wertvoll sein, zu bemerken, welche Qualität der Geist hat, wenn er frei ist von den verschiedenen Formen von Gier, Hass oder Verblendung. Selbst wenn wir in jenen Momenten nicht direkt das jeweilige positive Gegenteil erleben, also in der Abwesenheit von Ärger oder Übelwollen keine starke liebende Güte in uns spüren, können wir die Leichtigkeit, den Frieden und den offenen Geist erkennen, die sich dann einstellen. Im zweiten Band werden wir die heilsamen Faktoren des Erwachens noch genauer untersuchen. Was ist heilsam und was nicht? Unheilsame Wurzeln und die in deren Abwesenheit entstehenden heilsamen Wurzeln zu erkennen und sich ihrer bewusst zu sein, ist Teil der weisen Unterscheidung zwischen Geschicktem und Ungeschicktem. Das heißt, sich darüber im Klaren zu sein, was zu Glück und Befreiung führt und was zu leiden. Diese Unterscheidung ist eine der Grundlagen der Lehren des Buddha, mit der wir uns im Westen schwer tun. Für viele Menschen folgt oft die Erkenntnis, dass ein bestimmter Geisteszustand wie Gier oder Hass unheilsam ist, ganz schnell der Gedanke, dass das Erleben dieser Zustände bedeutet, ein schlechter Mensch zu sein, oder es sei bereits falsch, dass solche Geisteszustände überhaupt auftauchen. Diese Reaktionsmuster führen jedoch nur zu noch mehr Selbstverurteilung, mehr Abneigung und mehr Leiden. Das ist kein hilfreicher Zyklus. Die Unterscheidung zwischen Geschickten und Ungeschickten Geisteszuständen ist jedoch nicht dafür gedacht, uns zu verurteilen, sondern soll zu der Erkenntnis verhelfen, was uns im Leben glücklich macht und deshalb die Verstärkung verdient und was uns leiden lässt und deshalb aufgegeben werden sollte. Die Unterscheidung zwischen heilsamen und unheilsamen Geisteszuständen verleiht der Psychologie eine moralische Dimension. Das ist deshalb besonders wichtig, weil diese Zustände nicht nur in unserem Geist auftauchen, sondern auch unser Handeln motivieren. Warum gibt es so viel vermeidbares Leiden in der Welt? Gewalt, Krieg, Hunger, Ungerechtigkeit. Warum gibt es so viele vermeidbare Schwierigkeiten in unseren persönlichen Beziehungen? Dieses Leiden entsteht, wenn unheilsame Geisteszustände ausagiert werden. Um unseres eigenen und um des weltweiten Friedens willen sollten wir uns erst darüber im Klaren sein, was geschickt ist und was nicht, und dies dann im Geist erkennen, sobald es auftaucht. Der Dalai Lama bestätigt das, wenn er sagt, unser Handeln sollte letztlich nicht an seinem Ergebnis gemessen werden, sondern an der dahinterstehenden Absicht. Wir haben oft keinen vollständigen Einfluss auf die Ergebnisse, aber wir können unseren Geist und unser Herzen trainieren. Darum geht es bei der dritten Grundlage der Achtsamkeit, der Achtsamkeit auf den Geist. Wie können wir dies in die Praxis umsetzen, in den Worten des Suttas, den begierigen Geist als voller Begierde erkennen, sowie den nichtbegierigen Geist als ohne Begierde? Wie können wir einen ärgerlichen Geist erkennen und einen verblendeten? Einer der Verse in der Dhammapada beschreibt kurz und knapp, wie sich diese unheilsamen Zustände manifestieren. Kein Feuer brennt wie Lust, kein Unglück ist so groß wie Hass und kein Netz so dicht wie Verblendung. Wenn wir Achtsamkeit auf den Geist praktizieren, müssen wir selbst erforschen, wie wir diese Zustände erleben. Vielleicht spüren wir Verlangen als eine fieberhafte Erregung, Ärger oder Hass als Enge, Zusammenziehen oder Verfremdung, Verblendung als Verwirrung oder Verstrickung. Der thailändische Meister oder Dasa beschreibt diese Neigungen als Anziehen, Wegschieben und im Kreis rennen. Als einfaches Experiment können Sie sich in der Meditation die Frage stellen, welche Geisteshaltung ist gerade da? Diese Frage macht oft deutlich, ob sich der Geist dann irgendetwas klammert oder lieber in einen anderen Zustand wäre. Es ist eine direkte Anwendung der Achtsamkeit auf den Geist. Häufig spüren wir, wie allein schon die Frage eine Entspannung des Geistes bewirkt, ein Loslassen von einer Anhaftung oder von einem Widerwillen, derer wir uns noch nicht einmal bewusst waren. Wissen um die Abwesenheit unheilsamer Geisteszustände Die Abwesenheit dieser Zustände zu bemerken, ist oft ein schwieriger Aspekt der Praxis. Aus irgendeinem Grund verweilen wir eher bei Schwierigem und übersehen die heilsamen Zustände des Geistes. Das wirkt sich erheblich auf unser Selbstbild aus. In diesem Abschnitt des Satipatthana-Sutta betont der Buddha die Bedeutung von beidem. Wir bemerken dann sowohl das Auftauchen der Leichtigkeit des nicht in unheilsamer Zustände verstrickten Geistes, als auch die jeweiligen positiven Gegenstücke. Als Experiment können Sie versuchen, beim nächsten Mal, wenn Sie ein intensives Verlangen im Geist erleben, möglichst achtsam wahrzunehmen, wie es sich im Körper und Geist zeigt. Und achten Sie dann darauf, was passiert, wenn das Verlang plötzlich oder allmählich verschwindet. Statt die Aufmerksamkeit sofort auf den Atem oder ein anderes Meditationsobjekt zurückzulenken, empfehle ich, etwas bei der Kühle und dem Frieden des von Verlangen freien Geistes zu verweilen. Klar zu erkennen, was was ist, dies ist Begierde, dies ist ihre Abwesenheit, ermöglicht tiefere Erfahrungen von Geisteszuständen, die frei sind von Worten oder Konzepten. In seinem Roman »Die Stunden« schreibt Michael Cunningham »Alles in der Welt hat seinen geheimen Namen, einen Namen, der in keiner Sprache vermittelt werden kann, der einfach aus dem Anblick und dem Gespür des Objekts selbst besteht. Das ist Achtsamkeit, die sich in das Objekt versenkt und es ganz erkennt. In den Anweisungen zum Erkennen der Anwesenheit unheilsamer Wurzeln verweist der Buddha auf etwas, das für unsere Freiheit ziemlich essentiell ist. Da die Kelesas, die Geistestrübungen oder Unreinheiten des Geistes nicht immer da sind, sind sie kein natürlicher Bestandteil des Geistes, sondern Besucher, die je nach Bedingungen von Zeit zu Zeit auftauchen. Der Buddha spricht das ganz direkt an. »Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewusstsein, doch es wird zuweilen verunreinigt von den zukommenden Befleckungen. Doch der unkundige Weltling versteht dies nicht der Wirklichkeit gemäß. Darum, sage ich, gibt es für den unkundigen Weltling keine Entfaltung des Geistes. Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewusstsein, und zuweilen ist es frei von den zukommenden Befleckungen. Der kundige, edle Jünger aber versteht dies der Wirklichkeit gemäß. Darum, sage ich, gibt es für den kundigen, edlen Jünger eine Entfaltung des Geistes. Zitat Ende Dieses Verständnis und die klaren Anweisungen im Text führen zu einem deutlich anderen Umgang mit unheilsamen Geisteszuständen, als wir es gewohnt sind. Statt uns mit den Geistestrübungen zu identifizieren und in ihnen zu versinken oder sie zu verurteilen oder zu leugnen, erinnert uns der Buddha daran, ihre Anwesenheit oder Abwesenheit einfach achtsam wahrzunehmen und zu bedenken, dass sie Besucher sind. Dies ist zwar im Prinzip einfach, aber nicht immer leicht umzusetzen. Viele Jahre lang kämpfte ich mit Schwierigkeiten in meiner Praxis. Wenn Geistestrübungen auftauchten oder mein Geist viel umherschweifte, hielt ich mich für einen schlechten Meditierenden. Manchmal wurde die Selbstverurteilung so stark, dass ich mich für ein psychologisches Wrack und einen hoffnungslosen Fall hielt. Als ich einmal mit sehr viel Angst rang, dachte ich nicht an die Anweisung, sie einfach achtsam wahrzunehmen, sondern wurde von Gedanken überschwemmt wie »Ich bin so ein schrecklicher Angsthase« und »Ich brauche bestimmt 30 Jahre Therapie, um all diese Muster aufzulösen.« Es dauerte eine ganze Weile, bis ich den Anweisungen des Buddhas folgte und erkannte, dass die schwierigen Geisteszustände selbst weder das Problem noch ein Fehler waren. Sie waren einfach Teil des Wegs, unbeständig und selbstlos, wie alles andere auch. Angst ist nur ein Geisteszustand. Als ich das begriff, empfand ich eine gewisse Freude, sobald ich die Geistestrübungen bemerkte, weil ich sie einfach sehen und erkunden konnte, statt sie nicht zu erkennen und auszuagieren. Zusammengezogener und zerstreuter Geist In den nächsten Anweisungen in dieser Betrachtung des Geistes werden wir aufgefordert, den zusammengezogenen Geist als zusammengezogen und den zerstreuten Geist als zerstreut zu erkennen. Zusammengezogen meint hier jenen inneren Rückzug des Geistes, der mit Dumpfheit und Mattheit einhergeht. Wir spüren nur wenig oder gar keine Energie, dem Objekt zu begegnen, fühlen uns träge und schwer, fallen in uns zusammen. Dieser Geisteszustand steht im Kontrast mit einem durch Äußerlichkeiten abgelenkten und ruhelos verschiedenen sinneseindrückenden, nachjagenden Geist. Wir finden in diesem Abschnitt des Suttas über die Achtsamkeit auf den Geist eine interessante Abfolge von Anweisungen. Zuerst geht es darum, ein Gewahrsein der drei heilsamen und unheilsamen Wurzeln des Geistes zu entwickeln, sich ihrer bewusst zu sein, damit der Geist frei und unverhaftet bleibt. Als nächstes spricht der Buddha von der Achtsamkeit auf die Zusammengezogenheit des Geistes durch Dumpfheit und auf die Zerstreutheit des Geistes durch Rastlosigkeit. Indem wir uns mit keinem dieser Zustände identifizieren und uns nicht in ihnen verlieren, findet der Geist die Balance, die er für eine tiefere Konzentration und die anschließenden höheren Geisteszustände braucht. Das Beruhigende an all diesen Anweisungen ist, dass sie die Schwierigkeiten würdigen, die in der Praxis auftauchen. Um Fortschritte zu machen, brauchen wir nicht frei zu sein von all diesen Hindernissen und Unreinheiten. All diese Zustände bei ihrem Auftauchen achtsam zu bemerken, ist bereits der Weg zur Freiheit, sagt der Buddha. Durch reines Gewahrsein und eine spiegelgleiche Weisheit erkennen wir deren flüchtige, unbeständige und selbstlose Natur. Das allein reicht aus, um Befreiung zu erlangen. Später im Text werden die verschiedenen Hindernisse und Erleuchtungsfaktoren ausgeführt und selbst zu Meditationsobjekten gemacht. Doch in dieser dritten Grundlage der Achtsamkeit, der Achtsamkeit auf den Geist, liegt die Betonung einfach darauf, die allgemeine Qualität des Geistes, beeinflusst von seinen verschiedenen Zuständen, Stimmungen und Emotionen, zu bemerken. Fragen Sie sich, was geschieht gerade? Meiner Erfahrung nach ist dieses Bemerken der Qualität des Geistes in zweierlei Hinsicht wertvoll. Zum einen, wenn uns die Leichtigkeit oder die Verbundenheit fehlt, ohne dass wir so genau wissen warum, wenn wir ringen und uns ohne rechten Erfolg abmühen. In solchen Zeiten kann es hilfreich sein, sich zurückzulehnen, das Gewahrsam zu erweitern und sich einfach zu fragen, was geschieht gerade? Häufig befinden wir uns in einem Geisteszustand, den wir nicht anerkennen wollen. Vielleicht mühen wir uns gerade durch eine Phase der Trägheit oder wir erleben eine ablenkende, ruhelose Energie mit vielen Gedanken. Oder der ärgerliche Geist hat sich gerade in eine Geschichte verstrickt. In jedem Fall gilt, sobald wir anerkennen und akzeptieren, was gerade los ist, hört der Geist auf zu kämpfen. Wir wissen dann einfach mit reiner Aufmerksamkeit, dass es gerade so ist. Um die Worte des Buddha zu wiederholen, Zitat Er erkennt einen Geist voller Begierde Gefühle des Ringens oder Kämpfens können ein sehr nützliches Feedback sein. Sie zeigen uns immer, dass etwas im Gange ist, was wir nicht akzeptieren, wovor wir uns verschließen. Denn würden wir es akzeptieren, gäbe es keinen Kampf. Stimmungen und Emotionen bewusst wahrnehmen. Stimmungen und Emotionen bewusst wahrnehmen. Die zweite Art, bei der ich die Anwendung der Achtsamkeit auf den Geist als äußerst nützlich erlebe, ist das Gewahrsein der täglichen Stimmungen und Emotionen. Wir gehen häufig unter dem Eindruck bestimmter Stimmungen oder Emotionen durch unseren Tag oder einen Teil davon. Vielleicht erleben wir Traurigkeit oder Langeweile oder Aufregung. Es kann auch eine Irritation sein oder eine Klarheit, Niedergeschlagenheit oder Fröhlichkeit. Diese Stimmungen und Geisteszustände sind so schwer greifbar und allgemein, dass wir oft darin versinken und uns mit ihnen identifizieren. Wir betrachten die Welt dann durch eine gefärbte Brille, und erleben unsere Erfahrungen durch einen unbewussten Filter. Wenn wir Emotionen und Stimmungen persönlich nehmen und uns mit ihnen identifizieren, errichten wir über der sich ständig verändernden Landschaft unserer Erfahrungen einen Überbau des Selbst. Ich bin sauer. Ich bin traurig. Ich bin glücklich. Die Praxis der Achtsamkeit auf den Geist hilft uns zu erkennen, welche Stimmung oder Emotion gerade da ist und wie sie den Geist färbt oder konditioniert. Ohne die Idee oder das Empfinden eines Selbst hinzuzufügen. Wir wissen einfach, der ärgerliche Geist ist so, der traurige Geist ist so, der glückliche Geist ist so. Diese Art, den Geist zu erleben, bringt uns mit dem in Kontakt, was Ayan Chah einen Geschmack von Freiheit nennt. Zitat Der Geist ist von sich aus völlig rein und in Frieden. Wenn er jedoch nicht in Frieden ist, kommt das daher, dass er Stimmungen und Launen folgt. Er wird unruhig, wenn Stimmungen ihn betrügen. Der ungeschulte Geist ist dumm. Sinneseindrücke verleiten ihn und er verliert sich in Freude und Traurigkeit. Doch der Geist ist mit diesem Ding nicht identisch. Freude oder Traurigkeit sind nicht der Geist selbst, sondern nur Stimmungen, die erscheinen und uns täuschen. Der ungeschulte Geist folgt diesem Ding und wir identifizieren uns dann jeweils mit dem Wohlsein oder Unwohlsein. Tatsächlich ist unser Geist von Natur aus bereits unbewegt und in Frieden. Wirklich in Frieden. Also müssen wir den Geist schulen, die Sinneseindrücke zu verstehen und sich nicht in ihnen zu verlieren. Dies ist das Ziel all der komplizierten Übungen, die wir uns auferlegen. Zitat Ende Weit und eng Übertrefflich und unübertrefflich Im letzten Teil der Anweisungen hinsichtlich des Geistes empfiehlt der Buddha, den weiten Geist als weit und den engen Geist als eng zu erkennen, den übertrefflichen Geist als übertrefflich und den unübertrefflichen Geist als unübertrefflich, den konzentrierten Geist als konzentriert und den unkonzentrierten Geist als unkonzentriert, den befreiten Geist als befreit und den unbefreiten Geist als unbefreit. Die Qualitäten der Konzentration Den Kommentaren zufolge verweisen die ersten drei Paare auf verschiedene Qualitäten der Konzentration. Weit und eng beziehen sich darauf, wie weit die Konzentration reicht. In den Brahma-Vihara-Praktiken zur Liebe und Mitgefühl ist damit beispielsweise gemeint, ob wir diese Gefühle auf alle Wesen oder nur auf eine Person ausstrahlen. Übertrefflich und unübertrefflich beziehen sich darauf, welche Ebenen der Vertiefung erreicht werden. Eine interessante Randbemerkung. Unübertrefflich bezieht sich hier auf die vierte, Jhana, denn die höheren formlosen Vertiefungen erfordern denselben Grad an Konzentration, nur die Objekte sind verfeinerter. Das dritte Paar, konzentriert und unkonzentriert, betont die achtsame Wahrnehmung, ob Einspitzigkeit in der Meditation vorhanden ist oder nicht, und zwar sowohl in Samatha, Konzentration, als auch in Vipassana, Einsicht. In diesem Teil der Achtsamkeit auf den Geist weist der Buddha auf zwei Dinge hin. Erstens müssen selbst tiefere Zustände der Konzentration und Vertiefung mit Weisheit betrachtet werden, denn so angenehm und befriedigend sie auch sein mögen, sie sind noch immer konstruierte, bedingte Zustände, die entstehen und vergehen. Sie sind nicht die letztendliche Zuflucht. Zweitens können und sollten wir achtsam sein, und zwar sowohl wenn wir konzentriert sind, als auch wenn wir unkonzentriert sind. Statt uns für das Abschweifen unseres Geistes zu verurteilen, können wir einfach bemerken, unkonzentriert. Auf diese Weise ist alles in der Praxis der Achtsamkeit inbegriffen. Kein Zustand wird ausgelassen. Den befreiten Geist bemerken In der letzten Zeile dieser Lehren spricht der Buddha davon, den befreiten Geist als befreit und den unbefreiten Geist als unbefreit zu erkennen. Befreit meint hier sowohl das volle Erwachen, in dem alle unheilsamen Geisteszustände erwurzelt wurden, als auch den vorübergehend von Unreinheiten befreiten Geist, den wir oft in der Vipassana-Praxis erleben. Angesichts unserer Neigung, uns auf Hindernisse, Unreinheiten und Schwierigkeiten zu konzentrieren, ist dies eine gute Erinnerung daran, auch jene Momente zu bemerken, in denen der Geist frei ist von Gier und Verlangen, frei von Abneigung und Übelwollen, frei von Verwirrung und Verblendung. Während wir ohne Anhaftung und Verurteilung gewahr sind, können wir die Leichtigkeit und Reinheit dieser Augenblicke reiner Aufmerksamkeit bemerken. Ein tibetischer Lehrer hat diesen Aspekt der Praxis der Befreiung einmal mit den Worten beschrieben, viele Male, kurze Momente. Die Bedeutung der Achtsamkeit auf den Geist und letztlich aller Grundlagen der Achtsamkeit hat Sayadav Utejaniya mit folgenden Worten zusammengefasst, Zitat Eine Sache, die ihr erinnern und verstehen müsst, ist, dass ihr den Geist nicht sich selbst überlassen könnt. Er muss ständig überwacht werden. Wenn ihr euch nicht um euren Garten kümmert, wird er von Unkraut überwuchert. Wenn ihr euch nicht um euren Geist kümmert, werden Unreinheiten wachsen und sich vermehren. Der Geist gehört euch nicht, aber ihr seid für ihn verantwortlich. Zitat Ende Vierzehntens Der Refrain Über Gefühle und den Geist In den Kapiteln 5 und 6 haben wir den Satipatthana-Refrain detailliert besprochen. Anhand der Achtsamkeit auf den Körper, besonders auf den Atem, wurden die wesentlichen Aspekte der Meditationspraxis beispielhaft dargestellt. Zur Wiederholung Der Refrain folgt jedem Abschnitt der Meditationsanweisungen des Satipatthana-Sutta. Wir können annehmen, dass der Buddha mit dem 13-fachen Wiederholen des Refrains auf die wichtigsten Faktoren des Pfads zum Erwachen hinweisen wollte. Nun wenden wir den Refrain auf die Achtsamkeit auf die Gefühle und den Geist an, auf die zweite und dritte Grundlage der Achtsamkeit. Achtsamkeit innerlich und äußerlich üben Als erstes betrachten wir die Gefühle und den Geist innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich. Es gibt zwar verschiedene Interpretationen, was in diesem Kontext mit innerlich und äußerlich gemeint sein kann, doch im Hinblick auf die vier Grundlagen der Achtsamkeit ist allen gemeinsam, Innerlich bezieht sich auf die eigene Erfahrung, äußerlich bezieht sich auf die Erfahrung anderer. Damit werden wir an die allumfassende Natur der Achtsamkeit erinnert. Unsere Praxis besteht darin, uns dessen bewusst zu sein, was immer gerade da ist, ob innen oder außen, und letztlich über diese Unterteilung hinaus zu gehen. In den letzten paar Kapiteln haben wir die innere Betrachtung der Gefühle und des Geistes tief erkundet. Bei dieser Betrachtung werden wir uns der weltlichen und überweltlichen angenehmen, unangenehmen und neutralen Gefühle bewusst, die in unserem Geist auftauchen. Wir werden uns auch bewusst, dass unser Geist von heilsamen und unheilsamen Wurzeln beeinflusst ist und erkennen den Geist als konzentriert oder unkonzentriert, übertrefflich oder unübertrefflich, befreit oder unbefreit. Aber wie können wir diese Aspekte äußerlich betrachten? Der Buddha spricht über verschiedene Möglichkeiten der Entwicklung von Einsicht. Da ist zum einen unsere eigene, direkte Erfahrung. Zum anderen können wir Schlussfolgerung anstellen. Wenn wir die Hand ins Feuer halten und uns verbrennen, brauchen wir dieses Ergebnis nicht immer wieder neu zu entdecken. Nach ein oder zwei Mal lernen wir hoffentlich durch Schlussfolgerung, dass uns das Feuer auch beim nächsten Mal verbrennen wird. Wir können dieselbe Art von Einsicht auch in Bezug auf Gefühle erleben. Häufig machen es die Worte oder die Körpersprache eines Menschen offensichtlich, ob er gerade etwas Angenehmes oder etwas Unangenehmes erlebt. Indem wir von unseren eigenen Erfahrungen von Freude und Leitschluss folgern, können wir zumindest in einem gewissen Umfang erkennen, was die andere Person gerade fühlt. Das gleiche gilt für etliche Geisteszustände. Wenn wir den Geist achtsam äußerlich betrachten und sehen, dass jemand ärgerlich oder liebevoll ist, gierig oder großzügig, abgelenkt oder konzentriert, dann können wir aufgrund unserer eigenen Erfahrung schlussfolgern, in welchem Geisteszustand sich der andere vermutlich befindet. Einfach so, wie er ist, ohne unsere eigene unachtsame Reaktivität. Warum ist das so wichtig? Warum hat der Buddha das äußere Gewahrsam der Gefühle und der Geisteszustände mit einbezogen? So wie angenehme Gefühle bei innerlicher Unachtsamkeit Verlangen erzeugen, unangenehme Gefühle Abneigung und neutrale Gefühle Verblendung, kann der Anblick schmerzhafter Gefühle in anderen auch in uns selbst Kummer, Sorgen oder Verdrängung auslösen, wenn wir äußerlich unachtsam sind. In manchen Fällen können die schmerzhaften Gefühle anderer sogar zu Grausamkeit führen. Ich konnte das in Indien an den Reaktionen auf die Straßenhunde beobachten. Sie treiben sich dort auf dem Markt herum und hoffen, etwas zu fressen aufzuschnappen. Die meisten Leute ignorieren sie oder scheuchen sich fort. Doch manchmal vertreibt sie auch jemand, indem er Steine nach ihnen wirft, um nicht mit den schmerzhaften Gefühlen des Hungers und der Verzweiflung konfrontiert zu werden, die diese Hunde ausstrahlen. Sind wir äußerlich unachtsam, können auf ähnliche Weise die angenehmen Gefühle von anderen auch in uns selbst Neid oder Eifersucht auslösen. Die Schriftstellerin Anne Lamott berichtete davon, als sie beschrieb, wie schwer es für Autoren ist, die Erfolge anderer Autoren zu akzeptieren, vor allem, wenn es Freunde oder Freundinnen sind. Es kann unser Selbstwertgefühl ziemlich erschüttern, wenn wir bemerken, dass wir wünschten, dieser Freundin würde irgendeine schlimme Kleinigkeit widerfahren, wie etwa, dass ihr Kopf explodiert. Heilsame Geisteszustände hervorrufen Wenn wir die Gefühle anderer genauso achtsam wahrnehmen wie unsere eigenen, eröffnen sich uns Möglichkeiten für heilsame Geisteszustände. Diese können spontan oder durch Reflexion entstehen. Die angenehmen Gefühle anderer können in uns statt Neid Freude hervorrufen und ihre schmerzhaften Gefühle können zum Mitgefühl führen statt zu Angst oder Apathie. Es gibt viele Beispiele, wie wir durch die Praxis äußerer Achtsamkeit heilsame Geisteszustände entwickeln können. Bei einem meiner Besuche in einem Meditationszentrum in Burma traf ich einen Freund aus Amerika wieder, der bereits seit mehreren Jahren dort als Mönch lebte. Mein Geist brauchte eine Weile, um zur Ruhe zu kommen und als ich beobachtete, wie ruhig und konzentriert mein Freund war, sprang mein vergleichender Geist an und ich erlebte Neid und Selbstverurteilung. Doch nachdem ich dieses Muster und das damit anhergehende Leiden bemerkt hatte, begann ich mit der Meditation über Modita, mit Freude. Bei dieser Praxis wünschen wir, dass Glück und der Erfolg anderer möge beständig wachsen und zunehmen. Ich war überrascht, wie schnell der Geist vom Leiden und der Neid auf Freude über den Erfolg meines Freundes überwechselte. Es war eine weitere Lektion über die Kraft der Praxis, sich für das Geschickte zu entscheiden und es zu kultivieren. Es ist möglich, die Kanäle unseres Geistes zu wechseln. Bei einer buddhistisch-christlichen Konferenz in der Abtei von Gethsemane in Kentucky, wo Thomas Merton einst lebte und schrieb, hatte ich eine andere, erhellende Erfahrung hinsichtlich der wichtigen Konsequenzen, die das achtsame Gewahrsein der Geisteszustände andere haben kann. Die Konferenz lief schon seit ein paar Tagen, als ich einmal nach einer Veranstaltung zufällig hinter dem Dalai Lama den Korridor entlang ging. Am Ende des Gangs stand eine Statue der Jungfrau Maria, Als seine Heiligkeit an ihr vorbeikam, hielt er inne und verneigte sich. Dann ging er weiter. Mir wäre es niemals eingefallen, das zu tun. Es war so klar, dass der Dalai Lama damit all das würdigte, wofür die Statue stand. Die Achtsamkeit auf das Äußere offenbarte mir in jenem Augenblick, wie ich meinen eigenen Geist beschränkt hatte. Am Ende der Konferenz sprach der Abt von Gethsemane in seinen Schlussworten davon, wie sehr es ihn bewegt hätte, zu sehen, dass sich der Dalai Lama vor der Statue der Jungfrau Maria verneigte. Dieser Akt der Hochachtung sage mehr über interreligiösen Dialog aus, als irgendeines der vielen Worte, die in jenen Tagen gesprochen worden waren. Reaktivität des Geistes Wir können auch in jenen Augenblicken lernen, in denen wir das Außen zunächst nicht achtsam wahrnehmen, aber uns dann dieses Geschehens durch unsere eigene Reaktion bewusst werden. Gemäß einem weit verbreiteten psychologischen Verständnis reagieren wir bei anderen oft am heftigsten, gerade auf jenes, was wir an uns selbst am wenigsten akzeptieren. Wie reagieren wir, wenn jemand wütend oder gierig ist? Bemerken wir einfach, dass diese Geisteszustände in jemand anderen entstanden sind? Oder gibt es in unserem Geist eine aufgeladene Reaktion? Unsere Reaktionen auf andere können eine wirksame Achtsamkeitsglocke sein, die uns daran erinnert, aufzupassen. Es gibt da vieles zu beobachten. Wir können unsere eigenen reaktiven Geisteszustände wie Ungeduld, Ärger oder Angst achtsam wahrnehmen. Wir können uns dann achtsam den Verhaltensweisen, Gefühlen oder Geisteszuständen jener anderen zuwenden, die unsere Reaktion ausgelöst haben, und schauen, ob wir auf diese Qualitäten auch in uns selbst reagieren. Und dann können wir bemerken, was geschieht, wenn wir all diese Dinge in unserem achtsamen Gewahrsein halten. Die Betonung auf der Achtsamkeit, sowohl innerlich als auch äußerlich, hält die Dinge im Gleichgewicht. Wir werden weder allzu egozentrisch, noch vergessen wir den Kontext, in dem wir leben, und wir verfangen uns auch nicht so sehr im äußeren Geschehen, das uns entgeht, was in unserem Körper und unserem Geist abläuft. Sobald wir innerlich, äußerlich und sowohl innerlich als auch äußerlich achtsam sind, beginnen wir, uns für ein Verständnis von Anatar zu öffnen, der leeren, selbstlosen Natur der Gefühle und aller Erfahrungen. Unser Verständnis wandelt sich von, ich habe eine angenehme Erfahrung, oder sie hat eine angenehme Erfahrung, zu, da ist eine angenehme Erfahrung. Wie Annalajo betont, lassen wir bei dieser Betrachtung die Grenzen von ich und andere, von einem getrennten Selbst, hinter uns, und erleben die Phänomene, ohne dass sie jemandem gehören. Entstehen und Vergehen Wie bereits im Hinblick auf den Körper und die Gefühle erwähnt, empfiehlt uns der zweite Teil des Refrains, die Natur des Entstehens und Vergehens und des sowohl Entstehens als auch Vergehens des Geistes in seinen verschiedenen Zuständen zu betrachten. Das Pali-Wort Samsara bedeutet beständiges Wandern, weitergehen oder sich drehen. Es bezieht sich traditionell auf die Reise durch die verschiedenen Existenzbereiche, die wir im Laufe vieler Leben durchwandern. Aber auch in einem einzigen Leben und selbst an einem einzigen Tag vollzieht sich der gleiche Prozess. Wie viele unterschiedliche Geisteszustände durchleben wir im Laufe einer Stunde? Wir sind glücklich, traurig, gelangweilt, aufgeregt, ängstlich, ruhig und so weiter. Während wir das Entstehen und Vergehen und sowohl Entstehen als auch Vergehen dieser Geisteszustände achtsam betrachten, fangen wir an, uns aus der Identifikation mit ihnen und der Reaktion auf sie zu befreien. Wir können die Unbeständigkeit dieser Zustände auf verschiedene Weise betrachten. Wenn wir uns auf ihre entstehende Natur konzentrieren, betonen wir das Gewahrsein der Momente, in denen sie auftauchen. Ärger entsteht, Verlangen entsteht, Ruhe entsteht. Wir können die unbeständige, bedingt entstehende Natur der Geisteszustände noch tiefer begreifen, indem wir erkennen, was sie auslöst. Wir können die Beziehung zwischen Gedanken und Emotionen bemerken und wie stark sie sich gegenseitig bedingen. Beispielsweise gehen viele Menschen auf intensiven Meditationsretreats eine Menge Zeitgedanken durch den Sinn. Sind wir ruhig und konzentriert, kann der Gedanke, noch eine Woche Praxis, Gefühle der Freude und Begeisterung auslösen. Doch solange wir mit Hindernissen kämpfen, kann derselbe Gedanke Unruhe oder Einsamkeit hervorrufen. Indem wir sowohl den auslösenden Gedanken als auch den daraus resultierenden Geisteszustand bemerken, erkennen wir die entstehende Natur dieser Zustände und können frei mit dem Strom der sich wandelnden Erfahrung fließen. Wir können auch das Vergehen von Geisteszuständen achtsam wahrnehmen, indem wir die Augenblicke bemerken, wenn sie verschwinden oder sich auflösen. Ich habe die Betrachtung des Augenblicks des Verschwindens besonders beim Geisteszustand des Verlangens als hilfreich erlebt. Sind wir im verlangenen Geist gefangen, spüren wir oft den Drang, das Verlangen zu erfüllen und meinen, wir müssten ihm nachgeben, um uns erfüllt zu fühlen. Wir vergessen, dass das Verlangen selbst das Verlangen in sich trägt und dass das große Gesetz der Unbeständigkeit die Sache schon erledigen wird. Also bemerken wir Verlangen, Verlangen und dann sein Ende, sein Verschwinden. Damit befreien wir uns aus dem Klammergriff des Verlangens. Je öfter wir dieses Vergehen der Geisteszustände und Emotionen betrachten, desto weniger verfangen wir uns in ihnen. Direkte Einsicht, das heißt das Erkennen des Vergehens, ermöglicht es, Geisteszustände und Emotionen ohne Angst, ohne Identifikation und ohne Reaktion zu erleben. Auf ihrer tiefsten Ebene führen Entstehen und Vergehen zu Weisheit und Erwachen. Das wird in vielen Suttas mit den einfachen Worten ausgedrückt, alles, was entstanden ist, muss vergehen. Manche Menschen hören nur diese eine Lehre und erleben Stufen der Verwirklichung. Die Aussage mag in gewisser Weise selbstverständlich erscheinen, doch sie hat weitreichende Konsequenzen. Könnten wir uns ganz ihrer Weisheit öffnen, wären wir frei von jeglicher Anhaftung. Die Bedeutung dieser Einsicht ist in einem Vers der Dermapada zusammengefasst. Und lebt man hundert Jahre auch, doch merkt nicht das Entstehen Vergehen, besser ein Lebenstag des Manns, der das Entstehen Vergehen erkennt. Was sagt uns das hinsichtlich dessen, was uns in unserem Leben wichtig ist und wofür wir arbeiten? Was sagt uns das über die befreiende Wirkung des direkten, unmittelbaren Sehens der Wahrheit der Veränderung? Der Refrain erinnert uns daran, Körper, Gefühle und Geist innerlich, äußerlich und in beiderlei Hinsicht achtsam wahrzunehmen und ihr Entstehen und Vergehen zu betrachten. Reines Erkennen Die nächste Zeile des Refrains beantwortet die unausgesprochene Frage, wie viel Achtsamkeit ist notwendig? Es heißt, die Achtsamkeit Gefühl ist da oder Geist ist da ist in ihm in dem Maße gegenwärtig, wie es zum reinen Erkennen und für andauernde Achtsamkeit erforderlich ist. Reines Erkennen bedeutet hier, objektiv zu betrachten, was entsteht, ohne sich in Assoziationen, Reaktionen, Verurteilungen oder Bewertungen zu verlieren, oder wenn es doch geschieht, sich dieser Zustände bewusst zu werden. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie spüren eine schmerzhafte Verspannung im Kiefer. Sie spüren das Unbehagen und dann stellt sich ein Kommentar wie Meine Güte, was bin ich nur für ein verspannter Mensch hinzu? Oder Sie erleben das angenehme Gefühl eines konzentrierten und weiten Geistes und darauf folgend einen Schwall von Gedanken wie Ich bin doch richtig gut in Meditation. Statt dieser ausufernden Gedanken über angenehme oder unangenehme Gefühle können wir einfach erkennen, dass ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl vorhanden ist. Oder statt zu analysieren, warum bestimmte Emotionen aufkommen und dann in unsere ganze psychologische Geschichte abzutauchen, können wir einfach erkennen, dass da Lust ist oder die Abwesenheit von Lust Übelwollen oder die Abwesenheit von Übelwollen Wir sind genauso achtsam, wie es für das reine Erkennen notwendig ist. Dieses reine Erkennen offenbart viel über die Natur des wissenden Geistes. Wir beginnen zu beobachten, dass reines Erkennen mühelos ist. Es entspricht einfach der Natur des Geistes. Das wird beispielsweise bei Geräuschen deutlich. Falls wir nicht abgelenkt sind und ein Geräusch entsteht, erkennen wir dieses Geräusch spontan, mühelos und genau. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, es zu hören. Das ist die spiegelgleiche Qualität des Geistes. Dasselbe spontane Erkennen gibt es auch bei Bewegungen. Falls wir nicht abgelenkt sind, erkennen wir die Empfindungen einer Bewegung ganz leicht. Dieses reine Erkennen ist nichts, was wir machen oder was wir versuchen. Es ist vielmehr etwas, zu dem wir zurückkehren. Das kurze Mantra Es ist bereits da hat mir in meiner Praxis sehr geholfen, mich daran zu erinnern. In diesen Anleitungen des Refrains sagt der Buddha zuerst, wir sollten so achtsam sein, wie es für reines Erkennen notwendig ist. Das bedeutet Vereinfachung, was vor allem für uns hier im Westen eine Herausforderung sein kann. Es bedeutet, den Geist im Gewahrsam ruhen zu lassen, ohne dass er sich einmischt, einfach wissend, was sich gerade zeigt. Reines Erkennen ist die einfache, unmittelbare Erfahrung des Erkennens dessen, was da ist, ohne Geschichten über die Erfahrung zu erfinden. Beständigkeit der Achtsamkeit Indem wir jedes Mal, sobald wir abgelenkt sind, zur reinen Aufmerksamkeit zurückkehren, wird unsere Achtsamkeit stetiger. Beständigkeit erfordert eine gewisse Art rechten Bemühens. Es geht nicht um das Bemühen zu erkennen, sondern um das Bemühen, immer wieder zum reinen Erkennen zurückzukehren. Aus dieser Praxis des Zurückkehrens zu dem, was sich im jeweiligen Augenblick zeigt, entwickeln wir ein Momentum der Achtsamkeit. Von einem gewissen Punkt an beginnt sie dann, von alleine zu fließen. Denken sie nur daran, wie sie Fahrradfahren gelernt haben. Zuerst war es schwer, die Balance zu halten. Sie sind hingefallen und erneut aufgestiegen. Doch ab einem gewissen Punkt hatten sie genug Momentum, um sich vorwärts zu bewegen und das Halten des Gleichgewichts wurde mühelos. Wenn wir ein Musikinstrument spielen lernen, oder eine Sportart meistern oder uns irgendeine Fähigkeit aneignen, ist es ähnlich. Haben wir in der Meditation ein gewisses Momentum an Achtsamkeit entwickelt, müssen wir uns weniger anstrengen und es wird leichter. Indem er alle vier Grundlagen der Achtsamkeit in die Praxis einbezieht und keine Erfahrung auslässt, vermittelt uns der Buddha eine Methode, um reines Erkennen und beständige Achtsamkeit zu entwickeln. Herrschen angenehme, unangenehme oder neutrale Gefühle vor, nehmen wir sie achtsam wahr. Entstehen heilsame oder unheilsame Geisteszustände, nehmen wir sie achtsam wahr. Wenn die Kontinuität des reinen Erkennens zunimmt, wird das Gewahrsein weiter. Die Betonung verlagert sich von der Achtsamkeit auf den Inhalt der Erfahrung zur Achtsamkeit auf den Prozess der Veränderung. Dann ist da einfach ein Strom der Erfahrung und die drei universellen Daseinsmerkmale Unbeständigkeit, Unbefriedigtsein und Selbstlosigkeit werden immer deutlicher. Unabhängig verweilen Dies führt zur letzten Zeile des Refrains, in der das Ergebnis unserer Praxis zusammengefasst wird. Und er verweilt unabhängig, an nichts in der Welt haftend. Unabhängig verweilen bedeutet, von keinen Erfahrungsobjekten durch Verlangen oder unser Selbstbild abhängig zu sein, sich mit nichts als Ich oder Mein zu identifizieren. In einer Lehrrede sagte der Buddha, wer immer dies höre, habe alle Lehren gehört. Wer immer dies praktiziere, habe alle Lehren praktiziert. Wer immer dies verwirklicht, habe alle Lehren verwirklicht. Wir verweilen unabhängig, an nichts in der Welt haftend. młode nö w w w w w w Untertitelung des ZDF, 2020